Grüß Dink, heute sind wir hier in Hofern und jetzt gehen wir auf der Mohofall, Mavi. Schreibt mit! So, jetzt haben wir es jetzt wieder erreicht mit seinem Umkommen von der Mohofall. Armin und die haben es jetzt verdient, einzukehren und um ein Glas zu trinken. So Armin, Prost! Prost! Okay? Ja! 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 Ja!